Sie kennen das sicher auch. Sie haben ein Produkt gekauft oder eine Dienstleistung in Anspruch genommen und sind total enttäuscht. Versprechen wurden nicht gehalten, Sie sind unzufrieden und fühlen sich ungerecht behandelt. Sie möchten sich beschweren, Ihrer Unzufriedenheit Luft machen und eine Reklamation platzieren. Doch dies ist meist leider ziemlich anstrengend und zeitaufwendig. Sie müssen herausfinden, wer für Ihr Anliegen zuständig ist, ein Schreiben aufsetzen, die richtigen Worte finden und gegebenenfalls die Rechtslage prüfen. Wer hat dazu schon Zeit und Lust? Viele schlucken Ihren Ärger deshalb herunter oder bezahlen die Rechnung aus Bequemlichkeit. Doch das muss nicht sein. Die Reklamationszentrale Schweiz schafft Abhilfe. Ganz egal, um welche Beschwerden oder Rechtsfragen es geht, wir sind für Sie da und klären bei komplexem Sachverhalt mit juristischen Partnern ab. Einfach anrufen, Problem schildern und die Reklamationszentrale verfasst und verschickt ein wasserdichtes Schreiben für Sie und bietet bei juristischen Fragen Rechtsauskünfte an. Wer nicht telefonieren möchte, kann seinen Auftrag auch ganz einfach online in Auftrag geben. Damit Sie Zeit und Nerven sparen und Ihre Reklamation sachlich, professionell und begründet ist und Sie Ihre Zeit besser nutzen können.